machen wir ruhig einen sprung genau so und dann einen halben sprung so mal so hier eine tür sind 1 2 3 4 5 6 7 felder ok ja auch 1 2 3 4 5 6 7 felder und hier auch wieder 1 1 2 3 4 5 6 7 felder so das hier kann man weg und das kann jetzt dann gemeinert werden das hier wird nämlich der flügel für die nobelleute also in dem fall für unseren brenner erst einmal unseren chef straße wird langsam gebaut das hätte ich nicht machen sollen ich hätte erst die aber ich kann das ganze ja suspenden designations set building item property kann ich das alles suspenden forbid item melt wie rufen wird dann bei das wie luft am pfeil des buildings anhalten da habe ich was suspendet so da auch naja gut dann lassen wir sie erst einmal da die straße was sagt eigentlich die küche die animals die wir haben jede menge hunde das waren so die waren die ersten hunde die wir dabei hatten beim cat noch eine katze dies aber männlich papi 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 hahn papi horsefowl bat schon bitte dass da auch wenn die karl baby lama eine ente und noch ein baby lama ja gut alles bat schon bevor es verhungert nämlich und dann sollten wir uns auch mal ein paar hunden entledigen und hund 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 so 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 wir haben ja genug welpen gerade so also werden die erst einmal warum ist hier kein hund zugewiesen und hunde werden geschlachtet sehr gut was sagt mein job manager es werden noch ein paar workpots gemacht und der ranger kann ich jagen weil er keine munition hat sehr gut so jetzt überlege ich mal kurz was wir alles brauchen also erst einmal rock statue statue davon mal zwölf stück rockblocks wurden noch nicht unterzeichnet gut manager was brauchen wir noch kabinets rock kabinets sollten wir zwei stück bauen das sind schränke ein bett so sind so mal die ersten aufträge für unseren lieder der gerade pause macht der braucht nämlich ein büro ein schlafzimmer und ein dining room jetzt wir können ja mal kurz bei nobils gucken was alles wie kreiert zwei chests brauchen wir noch weapon rack und ein amor stand okay manager manager crew make leather armor construct rock armor stand ein crew rock weapon rack ein so und und was hat er noch gebraucht gucken wir mal kurz chests also um q chest gibt's rock chests nein aber es gibt wooden chests gucken wir mal kurz richtig nein also brauchen wir wooden chests auch zwei stück so außerdem noch rock table zwei und rock äh throne zwei so und es wurden noch mehr werden mehr hunde geschlachtet so was sagt hier die brücke und so weiter was sagt die fortification fortification die sind fleißig beim fortification machen während da die sch äh hier weiter gebaut wird ich weiß auch nicht wie ich da mehr wasser rein kriegen soll also vielleicht durch eine wasserpumpe aber das ist noch ganz ganz weit weg und die hunde haben fast keinen platz mehr ich würde vorschlagen wir tun oben bei der farm mal den erd das erste gebiet ausräumen und dort einen großen hunde zwinger hin bauen wo sich die hunde dann aufhalten können was sagt die wir sagen die animals die hunde werden geschlachtet wie nix gutes und ein pferd ist gerade verhungert noch ein noch was ist verhungert so oh ja und ich brauche noch dringend äh nein um das wird alles nicht in auftrag gegeben new order rock door drei stück so weil mein leader sich wohl gerade zu fein ist weil er eben noch kein dings hat kein richtiges büro um richtig schaffen zu können der ist also etwas unzufrieden oder er macht gleich seine arbeit weil er sitzt schon mal an seinem büro stuhl die schlafen alle also ja da sind ein paar erwachsen geworden so wie das ne halt die schlafen nur die anderen kinder machen gerade nichts mein leader er macht seine work orders gut 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 da schläft einer auf dem boden und da wird zeug rausgeschmissen auf den refuse stockpile sehr gut sind die fortifications mittlerweile fertig nein immer noch nicht das kann noch eine ganze weite dauern ich glaube ich brauche mehr architekten auf jeden fall wobei architektur müssten die stonecrafter machen den job suspenden wir mal dass die da oben weiter schaffen an den straßen an dem an den floor teilen an den bodenplatten so die räume sind fertig das nächste was wir machen können ist hier den stone smooten also von hier bis hier wird sogar der boden mit gesmooft das müssten dann auch wieder die masons machen sagt die job liste die ist jetzt voll in arbeit gut fortifications sind schon mal fertig und das da sollte geschliffen werden hier wird noch fleißig der boden gebaut das war echt eine doofe idee von mir kann ich hier nicht einfach remove designation machen und den boden hier erstmal weg machen nö ich kann höchstens hier remove building machen so remove wird das einfach mal gut jetzt müssten sie sich mehr wieder mehr um die mauern kümmern hoffe ich mal als um den boden was sagt das hier das sagt alle sachen sind in arbeit aber es kümmert sich keiner darum wenn meine meistens mal wieder schlafen wahrscheinlich nein einer konstruiert workblocks ok ich habe nichts gesagt der andere schleppt auch workblocks hin sehr gut was machen meine stone worker die ich auch hier irgendwo dazwischen habe wo sind meine stone footsis ja und hier sind nur kinder meine stone footsis habe ich doch die architektur aufgabe oder braucht man dafür masonry und wieder ein kalb verhungert so hm noch was ist verhungert ja solange meine leute nicht verhungern ist alles gut gut ich wäre aber trotzdem glücklich darüber wenn ihr mauern bauen würdet das heißt das bleibt wirklich an meinen masons hängen construct workblocks construct building ok ok also irgendwer kommt schon mal und baut neue mauern auf hoffe ich ja sehr gut wir sitzen immer mal wieder gucken ok workblocks gehen schon mal gut weg sonst hoffen wir mal dass wenigstens der untere wachturm bald fertig gestellt wird das ist eigentlich mit dem stein hier granitblock der sollte eigentlich zum mauerbau benutzt werden aber irgendwie will keiner kommen entes ich 2 und Untertitelung des ZDF, 2020